Wo? Schwangere Kate strahlt zum St. Patrick und traute X27 Semikolon ist ein Grün. Hochschwanger und so schön. Herzogin Kate, 36, sieht man die Vorfreude auf das dritte Kind regelrecht an, in den letzten Wochen überstrahlte die Gattin von Prinz William, 35, alle. Hatte sie noch zu Beginn der Schwangerschaft mit schlimmer Übelkeit zu kämpfen, wirkte sie zuletzt entspannter und schöner denn je. Nun überzeugte die bald dreifache Mami in einem besonders stimmigen Look zum St. Patrick Star. Am Samstagmittag wurde in Hohenslow, England die traditionelle St. Patricks Parade mit dem Herzog und der von Cam Briebke gefeiert. Anlässlich des irischen Feiertags präsentierte sich die hochschwangere Kate in einem smaraggrünen Button Dohmantel mit schwarzen Kragen und abgestimmten Barrett. Mit einem Strahlen im Gesicht trotzte die royale Beauti den eisigen Temperaturen und glänzte mit ihrer wunderschönen Barby-Kudel. Nach der Parade ging es dann für das königliche Bärchen ins warme zum Mittagessen mit den Gardisten. Dies dürfte einer ihrer letzten Auftritte in der Öffentlichkeit gewesen sein. Die 36-Jährige befindet sich im achten Monat und bereitet sich schon so langsam auf die Niederkunft vor. Ihr Baby möchte Kate im Kreise ihrer Liebsten im St. Marys Krankenhaus in London zur Welt bringen. . Marys Krankenhaus in London zur Welt bringen. . .